Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs bemalen. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Bemalt, bemalte, hat bemalt. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich bemale, du bemalst, er bemalt, wir bemalen, ihr bemalt, sie bemalen. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich bemalte, du bemaltest, er bemalte, wir bemalten, ihr bemaltet, sie bemalten. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe bemalt. Du hast bemalt. Er hat bemalt. Wir haben bemalt. Ihr habt bemalt. Sie haben bemalt. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich bemale. Du bemalt. Du bemalt. Er bemale. Er bemale. Wir bemalen. Ihr bemalt. Sie bemalt. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich bemalte. Du bemaltest. Er bemalt. Wir bemalt. Ihr bemaltet. Sie bemalt. Den Schluss macht der Imperativ. Bemale du. Bemalen wir. Bemalt ihr. Bemalen sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verbbemalen. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zzapp.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. abonniert erst dann Screw da! Ja, ksegnen Sie bei einerTen-Louze Шtsáy. Ich liebe das. Aber dann das wissen! Wir lesen, dass dieりますкус Einheit, so Arbeit. Ich liebe das! Ich liebe das! wir alle be where 비ufeiert sind, 3 AbsPG緣 und Lichta. ��